Mir fliegt! No! Gestern Abend ist mir mein Anus geplatzt, muss ich wirklich zugeben. Ich bin stinksauer. Und wieso? Möchte ich euch ganz kurz erklären. Ihr wisst, ich habe diesen Kanal seit drei Jahren. Seit drei Jahren habe ich diesen Kanal. Und ich verdiene mir diesem Kanal keinen Cent. Ich habe auf diesem Kanal auch nie Werbung verkauft. Jetzt habe ich aber vor drei Wochen ein Merch-Shop aufgemacht, weil ich gedacht habe, die Leute kaufen sich wenigstens ein T-Shirt oder Pullover. Und mit diesem Geld wollte ich eigentlich Leute unterstützen, die Hilfe brauchen. Zum Beispiel Musiker, die Talent haben, aber nicht das Geld haben, in ein Studio zu gehen. Oder vielleicht auch Kinder, die Krebs haben. Wollte ich eigentlich unterstützen. Aber keiner kauft sich im Shop meine Klamotten. Okay, dann mache ich das ab jetzt so. Ich bin eigentlich gegen Werbung. Ich mag überhaupt keine Werbung. Aber ab jetzt werde ich auf meinem Kanal Werbung verkaufen. Ja, weil ich möchte gerne mit diesem Geld Leute unterstützen. Ich will helfen, weil ich weiß, es gibt gute Menschen da draußen, die auch Talent haben. Und die haben aber kein Geld. Ich glaube, dieser Song, Cream Soda and Bread, Weinen nach Techno, wurde mir, glaube ich, 500 Mal oder so zugeschickt. Ja, lass uns das mal anschauen. Ja. Ähm, ja. Moment, was? Ist das gerade extra gewesen, dass das Bild hier so unscharf war? Das ist voll unscharf. Okay. Ich weiß zum Beispiel, dass in Russia sehr viele Leute noch Techno lieben. Bei uns ist Techno, glaube ich, nicht mehr so stark präsent. Mehr Rap, Hip-Hop, R&B. Aber in Russia ist, glaube ich, noch ganz heftig Rock und Techno. Also so laut meines Wissens. Okay. Es gibt Sound vom Techno, den ich sehr gerne mag. Wirklich sehr gerne. Und sowas erinnert mich ganz noch an meine alte Zeit, wo ich auch noch so in die Disco gegangen bin. Habt so in der Disco noch so ein bisschen getanzt. Ja. Ich war auch schon mal jung. Das ist geil. Erinnert mich voll an Disco-Zeit. Ach, 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 nein. Ich liebe diesen Kerl. Ah, jetzt erinnere ich mich. Irgendjemand hat mir auf Instagram diesen Song geschickt und mit diesem Foto. Das ist anscheinend das Lied, wo er auch mit dabei ist. Okay. Okay. Ich liebe diesen Kerl, Alter. Yeah. So stehe ich Mox immer in meiner Dusche. Wo kommen alle diese Leute her? Wenn ihr mehr darüber Bescheid wisst, wer das alles ist, bitte in die Kommentare schreiben. Und in der Jetzt habe ich Lust, in den Club zu gehen. Yeah. Das, okay, das ist gut. Ja, ich habe eigentlich ein Hip-Hop-Herz. Ich liebe Rap. Aber Techno war meine Jugendzeit. Ja, und Rock. Der Typ hier ist Killer. Dieser Typ ist einfach Killer. Yeah. Pesto, man, Pesto, man. Merkel sagt, wir sollen's integrieren. Egal, was die Schlampe sagt, diese Regeln, sie bedeuten mir nichts. Ich vertraue dem Papier und den Leuten vor mir. Das liegt nur in meiner Hand wie ein König Saphir. Du bist schlau, denn du meinst, du hast die Regeln kapiert. Fick mit mir und ein Intellektueller steckt in dir.